Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Eine Reise zu Dir. Ein Podcast für solche Frauen wie Dich. Du stehst voll im Leben, bist aber schon eine geraume Zeit irgendwie festgefahren. Beruflich wünschst Du Dir etwas Sinnvolleres und Du bist auf der Suche nach Deiner Lebensaufgabe. Diese Sinnkrise äußert sich in Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gewichtszunahme, Unzufriedenheit und Frust. Manchmal auch Wut auf die Familie, auf Deine Umgebung und oft auch auf Dich selbst. Da gäbe es allerdings auch noch einiges mehr aufzuzählen. Du brauchst dringend eine Veränderung, Du suchst schon lange eine Lösung, Du bist bereit für neue Erfahrungen, Du möchtest leichter, bewusster und klarer durchs Leben gehen. Dann bist Du in diesem Podcast goldrichtig. Eine Reise zu Dir. Hier gibt es Impulse, Übungen, Ideen auf dem Weg zum leichteren und vor allem klareren Leben. Margit Häuser, Dein Host, ist Deine Reiseleiterin und Begleiterin auf der Reise zu Dir. Ja, hallo und herzlich willkommen und schön, dass Du am Start bist, Episode 42. Der Podcast heißt Eine Reise zu Dir und irgendwie ist das ein unendliches Thema. Immer so jetzt, bei mir ist heute Sonntag, überlege ich, was könnte ich erzählen, über was könnten wir sprechen, was könnte Euch interessieren und im Grund sprudelt es immer. Ich wollte ja eigentlich keine weitere Ausbildung machen. Ich habe letztes Jahr gesagt, oh Gott, ich habe schon so viele Ausbildungen. Ich kann mir ja mit Zertifikate schon die Wände tapezieren und ich habe schon so viel gelernt und ich weiß so viel und ich sollte es lieber alles anwenden, aber es kommt immer wieder anders und es gibt so viele spannende Geschichten und es gibt wirklich, wirklich auch so viele irre, verrückte Ausbildungen. Und da bin ich gerade gelandet durch Freunde, bin ich auf Sandra Riefler gestoßen und mache jetzt die Ausbildung zum Master of Spine. Also da geht es um Aufrichtungen der Wirbelsäule und im Grund geht es um Aufrichtung des ganzen Körpers und der ganzen Seele. Und genau hier bin ich der Frage begegnet, die ich jetzt in dieser Episode mit Dir besprechen möchte oder mit Dir auseinandernehmen möchte. Die Frage ist, wie wäre Dein Leben, wenn Du keine Angst mehr hättest? Oder was würdest Du tun, wenn Du keine Angst hättest? Da ich ja immer gleich alles ausprobieren möchte, habe ich gleich ein paar Freundinnen gefragt und um Antwort gebeten. Und da kamen völlig unterschiedliche Dinge raus. Also von, ich habe ja gar keine Angst, das ist wahrscheinlich verlassen, der Komfortzone oder das ist ja keine Angst oder bis mega viel Ängste. Also es kamen die unterschiedlichsten Geschichten. Und wenn ich Dich dazu anstupsen kann, Dir über diese Frage Gedanken zu machen und wenn Du mir das dann auch noch mitteilen möchtest, das wäre wunderbar, dann schreib mir ein E-Mail, market-häuser.de, schreib mir ein E-Mail und ich werde dann gern ein kleines Interview mit Dir führen über die Frage, wie wäre Dein Leben, wenn Du keine Angst mehr hättest? Ja, natürlich überlege ich, wenn ich solche Fragen stelle oder so ein Thema habe, fange ich ja in erster Linie an, selbst zu überlegen, was sind denn meine Ängste oder wie wäre denn mein Leben, wenn ich keine Angst mehr hätte? Da springe ich gerade mal eher in die Vergangenheit, weil ich ziemlich viele Ängste über die Jahre gut überwunden habe. Zum Beispiel hatte ich enorme Bühnenangst, enorme Angst vor Menschen zu sprechen. Ich weiß noch, als ich meinen Mann kennenlernte und der aufstand und vor, was weiß ich, 50 Leuten sprach, dachte ich, wow, das müsste ich können. Also diese Angst, auf die Bühne zu gehen, die habe ich verloren, indem ich einfach auf die Bühne ging. Naja, einfach, natürlich nicht, aber geübt, gelernt und dann versucht und gemacht. Und ich habe immer noch Lampenfieber und immer, wenn ich auf die Bühne muss, schlafe ich die Nacht vorher nicht so besonders gut. Und immer bin ich danach ganz glücklich und ganz stolz, dass ich auf der Bühne war. Ach, mir fällt gerade ein, ich hatte auch Angst vor Hunde, ganz arg, weil ich als kleines Mädchen von einem Hund gebissen wurde. Und die Angst vor Hunden ging bei mir weg, weil mir ein paar Freundinnen einen kleinen Welpen geschenkt haben. Das ist bestimmt schon, das war die Tapsi, das ist bestimmt schon 40 Jahre her. Und mit so einem Hund fängst du an, Hunde besser zu verstehen und dich besser einzufühlen. Und ich habe sage und schreibe null Angst mehr vor einem Hund. Und ja, wie wäre mein Leben, wenn ich keine Angst mehr hätte? Ja, genau da, ich habe keine Angst mehr vor Hunde, also ist mein Leben da in der Hinsicht total locker. Und ich habe auch keine Angst mehr vor der Bühne und auch selbst diesen Podcast. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, um den ersten Podcast aufzunehmen. Also, ich glaube, zehn Versuche. Und heute setze ich mich hin und erzähle und rede darüber. Und es ist tatsächlich angstfrei. Also es ist tatsächlich auch über das Tun. Vor was ich noch Angst hätte, ein bisschen so Angst hätte ich noch ein bisschen vom Fallschirmspringen. Aber wenn ein Fallschirmspringen ansteht, werde ich auch Fallschirmspringen. Ja. Unsere Ängste, unsere Ängste lassen uns davor zurückschrecken, Neues auszuprobieren oder irgendwas Altes, was so anhänglich war, aufzugeben. Weil Angst ist eine emotionale und eine existenzielle Emotion. Die Angst vor Fehler, vor Ungewissheit, vor Veränderung hindert uns ganz oft daran, Chancen wahrzunehmen und führt dazu, dass wir uns in unserem eigenen Handeln einschränken, um Konfrontationen zu vermeiden oder um die Begegnung mit uns selber zu vermeiden. Und es gibt auch gute Geschichten an der Angst. Alles hat zwei Seiten. Die Angst hat, dass wir Angst haben, bedeutet ja, wir machen keine wilden Sachen. Wir sind ein bisschen vorsichtiger. Und bei der Angst schaltet sich ja der Körper in den Überlebensmodus. Und bewahrt uns auch vor Leichtsinn und Gefahr. Und bei Bedrohung merken wir vielleicht so einen Schatten oder ein seltsames Geräusch oder ein Geruch. Und das Hirn, also die Schaltstelle im Hirn meldet ganz schnell Alarm. Und da gibt es eine Amygdala. Das sind zwei erbsengroße Gebilde tief im Hirn. Die sind dafür zuständig, dass eine Wahrnehmung mit einem Gefühl verbunden wird. Und die sind auch schuld daran, dass wir, also sie ist schuld daran, dass wir überhaupt Angst empfinden. Und dann wird noch ein Hormon ausgespritzt und strömt durch unsere Adern. Und das sorgt dann auch noch dafür, dass wir Angst haben. Das ist nur Adrenalin. Wenn wir uns noch zurückerinnern, als wir Kinder waren, hatten wir nicht vor vielen Dingen Angst. Aber wenn die Zeit voranschreitet, dann führen wir so eine Art Richtlinie ein in uns, in unserem System. Unsere Angst auf Basis unserer Erfahrungen, das höre ich immer wieder, weil das habe ich ja schon mal erlebt. Also wenn das Ding ist, wenn man einmal was erlebt, dann nimmt man das in die Erlebnisse forever und in die Erfahrungen forever. Und manchmal ist die Angst auch so stark, dass sie tatsächlich das Leben bestimmt und dass es bis zu einer Angststörung kommen kann. Angst sind für mich Formate, Konstrukte, Gedanken und oft Geschichten aus der Vergangenheit, oft auch von anderen Menschen übernommen, oft von unseren Ahnen übernommen, deren Erfahrungen und deren Vorstellungen. Und daraus entwickeln sich dann Glaubenssätze, die tatsächlich dann auch mit der Angst zu tun haben. Es gibt drei große Ängste, es gibt ja mega, wenn man sich da mal mit beschäftigt, es gibt ja mega, mega viele Ängste, aber es gibt drei große Ängste. Die eine Angst ist, dass wir fürchten Fehler zu machen und die Angst, die kriegt man schon in der Kindheit, trainiert schon in der Schule, werden wir als erstes auf Fehler hingewiesen. Und damit ganz eng verbunden ist, ich bin nicht genug, also ich bin nicht genug oder werde zurückgewiesen. Ich entspreche nicht der Norm, sowas wie wenn euer Chef sagen würde, da hätte ich aber mehr von Ihnen erwartet. Also ich genüge nicht, ich möchte genügen und die drei großen Ängste, nämlich das dritte große Thema ist tatsächlich die Ungewissheit. Das ist sicher was, was uns im Augenblick extrem beschäftigt, die Angst vor Ungewissheit. Wir wollen Verlässlichkeit in unserem Leben, wir wissen zwar, dass es das nicht gibt, aber wir wollen es gern, weil es uns die Sicherheit gibt. Das normale, in Gänsefüßeln, hat etwas Beruhigendes. Und wir machen ja hundert kleine Rituale, was weiß ich, beim Frühstück, wie duschen wir, wie machen wir das, wie machen wir das. Also diese Rituale geben uns ja das Gefühl, wir könnten etwas kontrollieren oder wir wissen, wie es geht oder wohin wir gehören. Und dann gibt es noch die vielen anderen Ängste, wie Angst vor dem Versagen, Angst, dass etwas peinlich wird. Das kenne ich gut von meinen Kindern. Mama, du bist peinlich. Angst, dass wir uns überfordern, dass wir einfach zu viel machen. Angst vor Prüfungen, vom Zahnarzt, da gehöre ich dazu. Vom Arzt, vor Krankheiten, vor Beziehungen. Oh Gott, geht es gut. Und natürlich die große Angst vor dem Geld. Wie soll das Geld bei uns bleiben, wenn wir Angst vor ihm haben? Das wird ja schon gar nicht funktionieren. Aber warum haben wir Angst? Wir glauben nicht, dass wir geschützt sind. Und wir glauben auch nicht, dass wir vertrauen dürfen dem Himmel und der Erde und uns selbst. Wir glauben nicht an die Kraft unserer Gedanken und wir glauben nicht daran, an unsere Kraft und an unsere Fähigkeiten. Obwohl das ja echt ulkig ist und komisch, wenn jeder von euch mal kurz überlegt, was er schon alles gemacht hat. An Ausbildungen, an Studien, an Lehren, hat Dinge gelernt, hat Krisen überwunden und wie viele schon. Hat anderen Menschen geholfen und, 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 und. Und dann, das ist ja irre, gell. Wir haben so viel Kraft und so viel Fähigkeiten und trotzdem glauben wir nicht an uns selbst. Und so bleiben Wünsche und Sehnsüchte unerfüllt. Und so trauen wir uns nicht, den für uns allerbesten Weg zu gehen. Das ist doch schade, oder? Und auch noch richtig traurig. Obwohl so viel in dir steckt. Wenn du dich trauen würdest. Wenn du an deine Kraft glauben würdest. Wenn du deine Gedanken in die gewünschte Richtung lenken würdest. Alles Konjunktive. Würde, Würde. Aber aus diesem Würde gibt es ja auch Möglichkeiten, aus diesen Angstspiralen rauszukommen oder mindestens mit den Ängsten etwas besser umzugehen. Also der eine, der erste Punkt, wie wir mit unseren Ängsten umgehen können, da hängt sogar ein Zettel bei mir am Monitor, da steht drauf, in der Beobachterrolle gelassen bleiben und innerer Frieden. Das steht bei mir, damit ich, wenn ich mich mal ärgere oder tatsächlich aufregen sollte, was immer weniger wird, weiß, dass ich in die Beobachterrolle gehen sollte. Also mich selber rausnehmen, mich selber beobachten. Also quasi wie im NLP in der neurolinguistischen Programmierung in die Meta-Ebene. Also ich schwebe praktisch über mir. Das wäre ein Punkt, wie wir uns den Ängsten in kleinen, gut aushaltbaren Schritten nähern könnten. Indem wir die negativen Gefühle akzeptieren. Also die Angst ist da, wir brauchen sie nicht ignorieren, dann wird sie nachher nur noch viel größer. Sondern tatsächlich zu gucken, was sind denn diese aufkommenden negativen Gefühle bei der Angst. Und das tatsächlich nur mal zu beobachten, also in gut aushaltbaren Schritten beobachten. Also was, wie, die Aufmerksamkeit liegt ja dann bei der Beobachtung. Und wie reagiert denn unser Körper auf Angst? Also wenn ich jetzt das Beispiel nehme, ich weiß, ich muss jetzt in ein paar Minuten auf die Bühne. Fängt da mein Herz anzurasen? Geht mein Atem schneller? Schwitze ich? Was war der Auslöser dafür? Was ist der Auslöser dafür? Gibt es da eine Bemerkung oder einen Moment? Oder läuft da gerade eine Vorstellung oder Erinnerung an eine frühere negative Situation? Was passiert da mit mir, wenn ich mal nur aus mir raus in diese Beobachterrolle gehe und mal schaue und mal aufmerksam dranbleibe, was passiert denn, wenn ich mich meinen Ängsten nähere? Und der zweite Weg, wenn mir das gelingt und ich mich selbst und meine Reaktionen auf die Angst beobachte, kann ich mal im nächsten Schritt hinterfragen, worauf beruht denn diese Angst? Und ganz gut ist, wenn ihr euch das sogar aufschreibt. Auf was beruht diese Angst? Was ist denn die Geschichte dieser Angst? Wie bin ich denn da hingekommen? Oder was sind das für Handlungsverläufe? Welche Ursachen gibt es da? Vielleicht kann ich die benennen. Was passiert denn da so hintereinander? Also wenn ich das jetzt von der Bühne sehe, eine der Ursachen war, dass ich mal auf der Bühne stand und tatsächlich in ein schwarzes Loch gefallen bin, also tatsächlich ein paar Minuten nicht mehr wusste, was ich sagen soll und tatsächlich ihre Angst hatte, dass ich mich blamiere. Und dann war das ein offenes Seminar, da sind sogar die Leute rausgegangen. Also allein diese Bilder haben mich so geschwächt, noch mal auf eine Bühne zu gehen. Nie wieder! Gott sei Dank bin ich nicht dabei geblieben. Aber wenn ihr euch die Ursachen mal anschaut für diese Angst, was steckt denn da wirklich dahinter, um das mal auseinanderzunehmen? Und dann der dritte Punkt, ein möglicher Weg aus dieser Angst rauszukommen, ist zu erkennen, dass sich die gleiche Situation in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. Also diese Bühnensituation kann sich ja auch so entwickeln, dass die Leute Hurra schreien und Standing Ovation gibt, ganz abhängig von der Reaktion des Umfeldes. Es muss ja nicht die gleiche Reaktion wieder sein. Weil unsere Angst beruht immer auf einer ganz konkreten Vorstellung darüber, wie sich alle anderen uns gegenüber verhalten. Naja, aber woher wollen wir das wissen? Das können wir ja nicht wissen, weil das kann ja jedes Mal anders sein. Und in unserer Vorstellung zeigt sich immer der allerschlimmstmöglichste Fall, der allerschlimmste, den wir uns vorstellen können. Aber wenn wir uns dann auch fünf andere Variationen vorstellen können, ist das die angstbehaftete Version, also diese Version, die Leute gehen raus wie bei mir bei der Bühne, das ist ja nur eine Variante. Es gibt genauso die Variante, die bleiben da und finden das alles toll, was ich sage, oder machen Zwischenapplaus, alles ist später auch passiert. Wir nehmen an, dass eine bestimmte Situation genauso stattfinden wird, wie wir sie uns vorstellen. Genauso und nicht anders. Ist das einfach zu lernen? Ist das einfach zu üben und geht okki-zuki? Nein. Es braucht dann wenig Übung. Die erste Übung in die Beobachterrolle zu gehen, die zweite Übung zu hinterfragen, worauf beruht eigentlich die Angst und die dritte ein paar mehr Variationen, also mehr Wege rauszufinden, wie es denn wirklich auch noch sein kann. Hier hilft nur, und das sage ich ganz oft, ständige Wiederholung, das ist wie eine Lebensaufgabe. Und da gibt es Fortschritte. Und diese vielen kleinen Fortschritte, die helfen dir zum erfolgreichen Umgang mit deinen eigenen Ängsten. Weil in allen Fällen, vor allem im ersten, in der Beobachterrolle zu bleiben, das heißt, da darf ich auch eine Weile drinbleiben und genau beobachten, um was geht es da. Und es geht tatsächlich nicht, meine Ängste zu besiegen oder sie zu bekämpfen. Es geht tatsächlich darum, sie als Mittel zum Zweck zu sehen. Und Mittel zum Zweck, das hört sich ein bisschen lustig an, aber diese Ängste lehren uns ja, wie wir in unserem Kopf mit Annahmen, Wünschen und Erwartungen umgehen. Und mit so einer Angst bietet sich die Möglichkeit, dass wir uns besser kennenlernen und weniger von anderen Menschen erwarten, sondern in erster Linie nach uns gucken. Meine beste Freundin sagt immer, wenn man nichts erwartet, gibt es Geschenke. Und diese Ängste können uns helfen, flexibler zu werden und uns beibringen, mit jeder Situation umgehen zu können, die das Leben für uns bereithält. Es geht nicht darum, die Ängste zu besiegen oder zu bekämpfen. Es geht darum, die Angst mit in dein Leben zu nehmen und sie zum Mittel, zum Zweck zu machen. Also wenn ich dich dazu anstupsen kann, dir über diese Frage, wie wäre dein Leben, wenn du keine Angst mehr hättest, dir über diese Frage Gedanken zu machen, du es mitteilen möchtest, dann schreib mir bitte eine E-Mail info-at-margit-häuser.de Und ich würde sehr gern dann ein Interview mit dir führen. Melde dich, ich freue mich. Und einen guten Spruch zum Schluss. Entscheide dich immer für Liebe, nicht für die Angst. Bis nächste Woche. Deine Margit. Deine Margit. Deine Margit. cat